hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge ruf bergmann mit dem tiger fahren hallo er hat gesagt auf meine verantwortung darf ich die mission machen du fährst aber den den new holland ist es okay ja ja geräte ausleihen so geräte der gerät der gerät so jens hatte man muss hier noch was machen wo ist ein tiefen locker ich habe nämlich gesagt mit dem tiefen locker kann man das auch machen warte mal wie viel ps 420 warte mal ich glaube ein johnny hat gar nicht genügend ist 300 orden johann ich muss dein deutsch finden nehmen halt gut also ich bin der meinung dass ich mit dem dass man mit dem tiefen locker auch die pflügen mission hinkriegen du warst dir einfach nicht sicher du hast nicht unbedingt dagegen gestimmt aber jetzt gucken wir mal da bist schon auf dem weg klar sonst heißt es ja wieder ich arbeite nie doch inzwischen aber ist ja gut fährst du vor gewände oder soll ich ich habe vor gewände perfekt weil 30.000 für so ein bisschen pflügen ist eigentlich schon da ist ein bisschen meinst du mit bisschen 18 hektar sind das 18 hektar 18,16 jahre weißt du das mission steht das ja so habe ich keinen zugang zu diesem land ja warum kann ich nur mit sechs kmh fahren sieben warum kein zugang ist völlig unlogisch ja dann geht es doch nicht kacke alter viel spaß beim pflügen ich bin mal weg was steht da denn genau bei der mission nein wenn du in anführungszeichen pflügen willst du hast keinen zugang zu diesem land wenn ich das nicht jetzt nicht das habe ich gemerkt das habe ich gemerkt trotzdem bescheuert ja schade aber weißt du was das gute daran ist was wir haben jetzt einen tiefen locker und nicht weißt du was noch das bessere daran ist ich darf alleine prüfen ich glaube so ein flug noch mal kostet 6600 vor allem auch der 550 ps und der saal vorte ist wahrscheinlich immer noch verpackt oder der was der saal fortflug ja ich weiß es nicht ich habe schon lange nicht mehr probiert weil ich immer angst hatte dass er wieder packt ja und ich bin der traktor schafft es nicht aber was ist das sind es ist der t9 560 war wahrscheinlich zu wenig traktion müsste es doppelt oder drilling bereifung nehmen toll was mache ich jetzt ja da hat können genau die ps die man braucht mittel vom teil geht es ein bisschen besser ist ja trotzdem eine ganze menge unterwegs ganze leute wenn man mal überlegt nun mal wie viel fährt der flug denn nun mal zehn oder nicht zwölf ich fahre fünf das ist bescheiden ich hätte dann lieber so ein challenger rauchen den genommen der hat erstens mehr ps und zweitens ist aber geiler auch wenn ich den selber nicht mag die challenger serie ja es ist ja guck mal besser als besser du Prozent flügst wie dass du nach der Butter gucken muss oder nicht keine Ahnung was du meinst ich will dir gerade ein positives gefühl vermitteln was ist ein positives gefühl das hilft mir jetzt nicht viel doch überlegt mal du müsstest die Butter jetzt abfüllen das wäre doch voll bescheuert das fände ich jetzt besser als hier so so ein feld mit 18 hektar mit 5 km h zu flügen ok dann hat es nicht funktioniert dich zu motivieren nicht wenn ich 18 hektar mit 12 meter flug alleine flügen muss mit 5 km h aber tut mir leid aber ist ich könnte den Lemken könnte man noch mieten dann würde ich dir wenigstens ja dann mach aber wenn das auch nicht geht dann bist du schuld 3000 ey den können wir uns sogar den können wir uns genau mieten guck mal wir haben noch 6 Euro voll gut oder nicht nein überleg mal wir hätten 5 Euro wäre schlechter oder ähm warte mal es macht fast keinen unterschied im ls 19 ich äh stell mal gerade noch die ding rein die Butterfässer ja geil ein kammer bergauf dann fahr nicht bergauf doch muss ich schau mal tada und läuft ja ich schon zwei prozent voll gut ja dafür dass ich hier mit fünf gramm haaren wacke schon ja du würdest beim gator gerade bei der käserei fest hängen wäre viel schlimmer du kannst mich nicht aufmunter ich bin unaufmunterbar so die nun kürzlich fesschen hier noch ein machen und dann helfe ich dir eigentlich habe ich an letzter zeit nicht so lust auf alles 19 aber mit dir macht das schon mehr spaß ich muss sagen also vor ein paar tagen hatte ich den action end immer wieder im live stream und ich habe und ich habe minecraft gestreamt und hatte auch was los kann alles 19 ja also ich muss sagen gerade bin ich auch so alles nur alles 19 ist so eine kleine flaute ja ich habe ich glaube ich habe es einfach zu viel gespielt ja denke ich ja und so wenig anderes deshalb muss man auch mal gucken also ich projekte ja beziehungsweise hier wie lange mal die hofbergmann noch machen ja ob wir sagen mit 100 ist voll ich habe jetzt das ist folge das mal gucken ich habe irgendwas mit 70 oder 60 müssten schon fast an die 80 sein schon an die 80 genau das ist folge 80 heute das ist folge 80 dann hat sich mit uns ebenso dass ich so lange mit mir aushält ja ist schon wunder so ich komme rüber also ich hätte ich hätte nämlich schon Bock auf so ein Minecraft Projekt Mod Projekt oder Vanilla also ich bin gerade ziemlich aktiv auf griefer games muss ich ganz ehrlich sagen da kriegst du mich nicht drauf tut mir leid völlig falsch gefahren hier da habe ich schon vor ein paar tagen ich muss ja immer heute und gestern am aufnahmetag habe ich angefangen eine achterbahn zu bauen auf so ein grundstückchen ist schon recht nice geworden soll ich noch mal vor gewände fahren ja mach mal also es ist die frage was wir denn für ein projekt machen ob wir vielleicht zusammen das Projekt leider führen dass da ja wohl ist Minecraft wird schon was meinst du da also ich würde da mitmachen bei was bei dem Minecraft Projekt was du pausiert hattest äh die Burg ja genau ja das war nur ein Singleplayer das sind wir uns okay da müsste ich gucken also ich könnte das für uns auf dem Server machen das kriege ich schon ja so einen kostenlosen ja habe ich ja stimmt das könnte ich auch machen ist ja dann nur aufnahmetechnisch so wie hier auch ja das könnte man machen jetzt mal gucken ja mal im Auge behalten aber nicht zu tief sonst juckt's so also mit dem Flug kann ich hier auf jeden Fall mithelfen das ist doch toll wie er sich freut ja zumindest etwas da hätten wir noch ein bisschen Geld könnten wir uns noch einen Flug mieten und äh den Johnny noch fahren lassen siehst du hier eine dritte Person Helfer Stimmt wobei dann hätten wir halt von den 30.000 schon wieder 12.000 ausgegeben ne 6.000 aber guck mal auf unser Geld wir haben nur 6 Euro wie willst du da noch einen Flug kriegen und ja und den Helfer bezahlen um 19 Uhr ist Payday Payday Paytime meinst du ja da sollte ein bisschen was bei rum kommen ich meine der Käse fehlt noch den habe ich nicht rüber gebracht aber die Butter ist schon unten ok mal gucken ob ich dich einhole bevor du einmal rum bist sicher ich fahr 12 ich grad auch 10 oh so schnell bergrunter im Windschatten vom LKW oder was im Windschatten von der äh verrotteten Frucht ja oh jetzt fahr ich sogar 12 aber jetzt geht's wieder bergauf schon zack wieder 5 wo bist du denn grad auf der anderen Seite von mir oder ja ja so ziemlich das ist alles nur geklaut eeho eeho ja genau eeho eeho gut Leute wir bemühen uns hier mal weiter zu pflügen wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da am besten alles wie immer schaut morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming nein doch natürlich auch um 16 Uhr aber auch hier bei der Hof Bergmann um 19 Uhr tschüss 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 Vielen Dank.